Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts und ich suche immer noch Leute mit denen ich mich duellieren kann, damit wir die Duellierleistung sozusagen voll bekommen. Mit Tieren ist das ein bisschen schwierig, deswegen gucken wir jetzt mal was. Hier unterbrechen und angreifen in den Straßenkörn mit dem Pulse, das kriegen wir hin. Sooo. Warte. Jetzt aber. Hä? Oh. Möglich ist alles, ne? So, jetzt finden uns noch 17 Stück. Mal gucken, ob wir noch mehr finden. Hier. Gegeneinander schleunen ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht können wir in der Spinne was machen. Oh. Nee, das klappt ja nicht. Ach, mir ist schon wieder. Hm, das war eigentlich das Richtige. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Da war mehr. Was haben wir noch nicht machen? Entzünder einen Schütten wäre mir ganz schön anders geworden. Oh. Gut. Nicht genug Platz zum Fliegen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. So, noch 16. Am besten mit menschlichen Gegnern, denn dann habe ich irgendwie mehr Chancen. Ein bisschen so... Das ist einfacher für mich, die nicht so unvorhersehbar. Können wir noch irgendwas machen? Mit euch? Konfringo. Bombardier. Halb. Expelliarm. Konfringo. Äh. Ich check' ich nicht. Betriff eine brennende? Versteh' ich nicht ganz so, aber egal. Was das genau soll, weiß ich nicht. Oh, Spinnen habe ich auch keinen Bock, nichts zu geben. Ah, beschwöre zwei Gegner zugleich. Das weiß ich auch nicht, was ich gemeint habe. Tut mir leid, ich bin nicht so blöd dafür anscheinend. Ich habe auch keinen Bock, gegen Spinnen zu kämpfen. Ein paar Gegner finden hier. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Auf die Karte gucken, ob wir irgendwas finden, wo wir auf jeden Fall wissen, dass wir mehr Leute schnappen können. Man könnte ja nochmal hier hingehen. Es gab doch hier irgendwo noch Sonnen. Es gab ja noch eine Arena. Eine hier im Wald und dann gab es hier drüben auch noch eine Arena. Gab es nicht zwei, drei Arenen? Ich glaube schon. Da haben die meisten natürlich schon geschafft. Da ist die Kampfarena. Da ist doch gut. Lass uns mal da hingehen. Dann können wir nochmal gucken, ob wir irgendwas hinkriegen bei der Kampfarena. Ja, wie gesagt, mit mit mehreren Gegnern auf einmal ist, will er noch was hinkriegen wieder. Ich denke, das müsste funktionieren. Die Kampfarena mit den dunklen Künsten ist ein bisschen blöd, weil ich ja halt nicht so viel machen kann, außer die dunklen Künste. War das die hier? Ne, die war das nicht. Das war die unten im Wald, die Dunkelndungs, ne? Ich glaube, hier war die normale. Noch eine normale. Mal gucken, wo es losgeht. Ah Mist. Niemand erledigt einen Hott und uns überlebt. Dann nur ist Yoso. Wollen wir ein bisschen Park spielen? Nie mehr. Ja, ihn zurückzwingen? Nein. Einfach nur zurück verwandeln. Das war natürlich am einfachsten. Da gibt es aber keine... Oh, ich kann es versuchen. Du trinkst schwarze Magie in dir, oder nicht? Und das war jetzt ja nicht mehr muut. Bist es besser. Dann kam es an Oh, ich musste der Künste Das wird dein Künste nicht verstehen. Expelium! Expelium! Expulto! Expulto! So ein König gibt's gerne noch irgendwie... ...ich man wird glauben, dass ich ganz allein eine Erschwenderin besiegt habe. Ja! Versuch es! Du hast doch Nora Treffel befreit, oder? Was wirst du schon sagen? Hast du deine Familie geschaffen? Bombardier! Du bist du! Hast du genug? Zauberst du hier schnell! Bei uns! Empfehle dir! Unbewegen! Abwärts! 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 Expelium! Constringo! 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 Bombardier! Befuldigung! Descendo! Constringo! Abwärts! Abwärts! Sieg was angeknownst! Sieg auf sie! Erlаться zuults. Abwärts! Abwärts! Ent Lux, ihr 15$. Ja! Ziani! Abwärts! Drei Malgrütz! Abwärts! Okay, aber es kann hier leider keine Leistung bekommen, das ist ein bisschen schade. Du bist widerlich. Du bist widerlich. Du bist widerlich. Du bist widerlich. Ich bin noch tief, damit du noch legst. Im Fehl. Ich will dir nicht. Constringo! Expulsion! Protego! Zufo! Expulsion! Expulsion! Trolle drückt sich vor dir wie. Expulsion! Constringo! Wird dir noch leid tun. Bombard! Cultio! Arranze dich ab! Constringo! Oh, das wird unterhaltsam. wie wäre das? Controlliert euch nicht. Spendienst! Angriff. Darüber. Tunst du in die Hand. Spendiert euch nicht. Ich bin noch nicht. Es wird unterhaltsam. Entschuldigung! Spendiert euch! Spendiert euch! Spendiert euch! Spendiert euch! Spendiert euch! Oh, war die Karte hier oben. Schade, ich dachte, ich könnte hier mehr rausreißen, aber das konnte ich gerade nicht. Ärgerlich, ärgerlich. Hm, hm. Hm. Schon wieder hier drin? Scheiße, ich hab nochmal neu gestartet, ne? Wollte ich gar nicht. Oder bricht den Wilde an die Marifahrt der Wettkopf? Komm, ich will sie! Jetzt! 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 Nein! 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 Jetzt! Ich liebste. Du kannst dir nicht sehr abschalten. Ich lass dich zu verhalten. Wann schon mal wieder. Die Zähne müssen die Mischung. Ist doch eine Nachricht. und du entkommst mir nicht noch mal so ok du 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 Stufe! Bombarder! Stufe! 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 Bombarder! Potato! Stufe! Stufe! Wie soll ich denn den Kopf in die Erde begraben? Wie macht man das denn? Ah, warte! Na, das ging nicht. Was kann man denn machen, um jemanden den Kopf in der Erde zu begraben? Ach ja, den hier, ne? Oh, vielleicht? Nicht schlecht. Oh! Bombarder! Das Ding ist los in Kobaltemya gar nicht! Es wird der Spaß! Potingo! Oh! Kuss! Abadakidata! Darum stirbst du! Potingo! Kussio! Ich fühle dich! Du hast uns Nora Treadwell genommen! Getrug! Du hast uns Nora Treadwell genommen! Getrug! Du hast uns Nora Treadwell genommen! Getrug! Au revoir! Treadwell! Achille! Das. Aller! Ja! Du hast den ganzen, du hast Ione. Incentive. Defaultung. Explaultung. Wir machen einen kurzen Prozess. Contrinktung. Curzio. Apatacidad. Dann können wir die nicht weg. Lass uns in peace. Zeit, jemandem eine Lektion zu erteilen. Expelliarm. Contrinktung. Arresto, Moment. Bombard. Curzio. Contrinktung. Protego. Bombarder. Contrinktung. Contrinktung. Bombarder. Sch****, nur den Kampfkügig beendet. Du wirst ja was, ich mach das gleich nochmal. Ist nicht so spannend, ich weiß. Aber wir kriegen da jeweils ein paar Dinge raus. Letzte Runde hier, und dann hören wir damit auf. Ich glaube, ich bin immer besser und schneller da drin. Gefuldigung! Das ist nur nicht fach! Bombard! Komm schon! Ein Bombard! Du bist doch derjenige, der uns besiegt hat. Ab dem Puls! Du hast Kotzinko! Kotzinko! Bombard! Beeil dich! Kotzinko! 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 Annen! Kotzinko! Ja, du verstehst! Indus! Das war schnell! Direkt! Kompert! Nein! Oh, das kann er an! Was klappt jetzt hier nicht? Egal, bei der nächsten Runde kriegen wir es. Egal, bei der nächsten Runde kriegen wir es. Oh man, bei ihm kann ich auf jeden Fall entwassen und bleiben. Egal, bei der nächsten Runde kriegen wir es. Egal, bei der nächsten Runde kriegen wir es. Okay, das war dumm, er musste den Blitz erst machen. Genau. Er hol den Stapel, da muss er wohl liegen. Oh nein. Einmal. Egal. 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 Oh. Oh. Dumm. Wie dumm. Er hätte viel schneller gehen können. Du wirst helfen. Du hast... Oh. Oh. Du hast schon... Oh. 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 So. So. Okay. Das war's für heute. Ich darf's mal mit anderen Gegner angreifen, ja. Sehr gut. Haben wir nicht viel geschafft, aber eine Sache immerhin. So, letzte Welle. Okay. 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 Oh, komm schon. Das ist eine Routine für mich. Oh je, tat das viel? Was hält mich klaut? Was hältst du denn vor? Das ist doch nicht dumm. Ist da oben noch irgendjemanden? Du bist das. Arresto, Moment. Tritt man ein Gegner und lucht mit Descendo. Ach, mit Descendo, warte mal. Warte mal, Descendo. Das ist Descendo, okay. Arresto, Moment. Gut, den Gegner entwappnen haben wir jetzt nicht geschafft, aber wir können es hier noch drei Stück. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Ja. 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 Was ist das? Das ist das? Kutio! Das wirst du bereit! Verstehen! 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 Und mal gegenseitig alle! Descendo! Gefusel! Bombarder! Schwer festzunageln! Was fällt dir eigentlich sein? Schnauzi! Jetzt ist Schluss mit der Wilderei! So. Nächste Welle. Ich kann mir jetzt ein paar Weisungen noch bekommen, ja. Bombarder! Kutio! Kutio! Kutlingo! Protego! Ja. Acht Beine sind einfach zu viel! Kutio! Ja. Exkuldio! Protego! Stufo! Imperium! Konflingo! Fader! Bombarder! Redo! Ah! Kutio! 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 Steiger! Kutio! Der Bühne ist nicht! Dezember! Bombarder! Kutio! Stuck! Das war's für heute. Ouh, ich sehe da wie ein Natz. also irgendwie ist nichts mehr gekommen jetzt gerade schade ist aber ich habe keine lust hier zu machen wir suchen jetzt noch mal drei zwei drei woanders draußen vielleicht haben wir da mehr glück jetzt fehlen sie noch drei stück die werden jetzt finden glaube ich kurz auf die karte gucken dass wir irgendwo hin kommen wo wir ungefähr wissen dass hier auch gegner sind wo so viele hier so zum beispiel so was man das sind ja viele viele lager jetzt mal hinein oder was hinbekommen müsste ja möglich sein jetzt langsam ein bisschen das schon was ein bisschen albern dass es nicht klappt so aus hier na los jetzt wenn man die ausgerottet hat sind da keine gegner mehr und das natürlich schlecht hier das war fehler ein paar okay aber es hat sich so wirklich viel gebracht und zwar noch 22 einzelne die doch diese scheiße nicht hinter uns haben so wo könnten hier noch ein paar süße gegner sein ach einfach mal so die landschaft fliegen ist auch ganz schön ist schon echt nett gemacht ich glaube man kann er noch so viel mehr rein machen also ich die story von herr von hockhorst war okay die hat mich vom hocker gehauen mit der alten magie das war so ja kann man durch ein paar sachen cooler gewesen aber egal ich habe Jetzt müsst ihr euch beide gleich Zeitschleudern, das muss ich sagen. Das ist ein bisschen langweilig. Das brauchen wir gar nicht probieren, das krieg ich nicht hin, zwei auf einmal zu schleudern. Schleudert zwei gegen das gleiche Zeitschleudern. Kann die ja nicht markieren oder so. Da töte ich die nur, mehr passiert dann nicht. Weißt du, sonst kann man sich vor Gegnern gar nicht retten. Ach man. Protego, Stufe. Protego. Aber es ist doch, was ist denn das hier? Es ist doch entzünden oder nicht? Sendio, Schaden, klar. Bombarde, okay. Okay. Fringe, ein Blick mit großer Weih, der Schaden. So, okay, der hat nicht so viel Schaden, aber... Vielleicht sollten wir es damit benutzen, das nächste Mal. Gut. Damit entzünde ich wahrscheinlich. Den anderen schleudert ich die irgendwie nur weg, was irgendwie schade ist. Okay. Lass uns mal Plakate gucken, wo wir hinkommen. Sonst wird das hier auch wieder nichts. Ähm... Hier sind auch noch einige Lagers. Lass mal dahin fliegen. Guck mal, von da mal. So, das schaffen wir heute noch. Also das muss drin sein, dass wir das noch hinkriegen heute. Wer von der Somabehind erwartet, um eine Schleichangriffe zu... Hä? Verstehe ich auch wieder nicht. Ich bin auch zu blöd dafür. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Angriffe ab und zu nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ähm... Muss man mir jemand erklären. Ich blicke das nicht. Ich denke immer jedes Mal, was... Wieso? Ich mache doch das, was er will, aber... Ist es anscheinend nicht. Ich verhungere. Geh drüben. Tim Jam. Ich werde nicht ruhen. Die Pulsung. Komm! I-M-M-G- Running. Komm. Komm! Oh... Puh, es fehlt noch. Ein Ding fehlt noch. Wir kriegen jetzt auch auf... Ach, die Backen. Gefahr ist mein zweiter Vorname. Das war's. Jetzt haben wir das, glaube ich, fertig, oder? Dann lass doch mal reingehen und gucken. Gar nicht so extrem, wie man gedacht hat. So, der letzte. Bam. Gut. Ja, haben wir überall 100%. Jetzt fehlt uns ja nur noch... Raum der Wünsche. Dann müssen wir gucken, was wir da noch machen müssen. Das machen wir beim nächsten Mal. Aber was brauchen wir denn da? Wir müssen auf jeden Fall 10... Züchte 10 einzigartige Tierwesen. Oh Gott, oh Gott. Und hier? Rette 30 Tiere. Und das krieg ich hin. Aber das da, die Züchtung? Einzigartige. Schauen wir mal. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Ich hoffe, das ist schon super, Untertitelung des ZDF, 2020